Ich sehe, die Konzernspitze ist verwandt und verschwägert. Ich bin nicht verwandt. Der Polizeileutnant will nicht verstehen, dass wir unsere 48 Kanäle nicht ausschalten können. Gar nicht zu reden von unseren Zeitungen, Magazinen. Millionen Leute warten morgen auf Sie. Tja. Er sagt, wir müssen evakuieren, Cousin. Ich habe ihm noch nicht erklärt, wie viele Millionen uns eine Unterbrechung der Produktion kosten würde. Keine Sorge. Wir müssen vor allem an das Leben der Menschen denken. Sie glauben tatsächlich, dass sich eine Bombe im Gebäude befindet? Das kann man nicht genau sagen. Aber meine Leute werden sich sofort melden, wenn sie etwas gefunden haben. Aber wie Sie schon sagten, man muss vor allem an das Leben der Menschen denken. Sie haben recht. Fahr meinen Wagen vor.